So, und da sind wir wieder bei Slime Rancher. Und eben ist da eine riesige Spinne einfach mal an der Wand langgelaufen. Da musste ich einfach aufhören. Ja gut, ich hab vorher schon aufgehört. Da hab ich das Vieh nicht mal gesehen. Ein Glück, dass ich Licht anhatte. Sonst hätte ich das erst recht nicht gesehen. Und einfach weitergemacht. Hätte gefährlich für mich werden können. Das sollten wir machen. Haben die eigentlich bisher schon mal Eier gemacht? Muss ich die überhaupt füttern? Steht hier nicht mal. Naja, ich geh erstmal wieder auf Gejagt. Nach anderen Viehern. Muss ich hier gerade mal Teller wegstellen, damit ich hier Platz hab für meinen Arm. So, schnell hier durch. Da hinten waren, glaub ich, noch... Kühnchen. Ne? Ja, dann halt nicht. Ich springe halt nicht hoch. Oh, hier oben ist sonst kein Huben mehr. Die Steinbühner, die wären besser für mich jetzt. Das mögen nämlich Tubby Florts. Äh, ja, Tubby Florts. Nein. Äh, Tubby Slimes. Ach, komm, explodier doch eigentlich. Lassen wir die einfach dastehen. Hab ich das nicht schon weggemacht? Warum auch immer die Musik kommt. Hab ich irgendwas gemacht? Oh, scheiße, hier sind welche. Ah, das greift hier langsam über. Aber solange die nicht zu mir kommen, ist das egal. Ich werde einfach mal hier rüber gehen und gucken, ob wir hier, äh... Steinbühner haben. Ja, erstmal normales Wunder. Das reicht mir eigentlich auch. Ach, das sind jetzt gute. Weil es nicht nachts ist. So. Bringen wir dem da hinten auch mal. Oh, fuck. Ja, das wird langsam ein Problem mit denen. Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern. Dann werden die auch bei mir... in meiner... ...Rude rumlaufen. In meinem Gebiet. Ich denke, das wird nicht... ...Hierchen... ...Nee. Immerhin habe ich dadurch den Eintrag. Na, dann nehme ich den mal mit und... ...ziehe den groß bei mir. Die haben auch immer alles wegfressen müssen, ey. Wie die alles hier wegfressen. Geht doch nicht. Eigentlich würde ich jetzt schon wieder zurückgehen. Wisst ihr, was? Ich nehme ein paar von meinen jetzt mit. Ich meine, ich kann die eh wieder nachholen. Aber vorher... ...upgrade ich das da. So. Das muss jetzt aber reichen. So, das wollen wir als nächstes haben. Also gucke ich jetzt mal, ob die schon genug... ...produziert haben. Ach, der nimmt halt eh nicht genug auf. Äh. Schnell genug auf. Und ich werde mein Inventar auch bald mal upgraden. Upgraden. So. Jetzt produziert gefälligst schneller. Ich merke nämlich gar keinen Unterschied. Wenn ich mal ehrlich bin. Die haben, glaube ich, nichts mehr zu essen, ne? Ja. Geben wir denen doch mal was Neues. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die sterben, wenn ich denen nichts gebe. ...wahrscheinlich. Ach, woher fahrt das rein? Die haben sowieso noch genug. War da nicht mal einer mehr? Ah, sag mir das bitte nicht. Wenn da einer mehr wäre, dann hätte ich den jetzt gefunden. ...denke ich mal. Gucken wir mal, was wir upgraden können. Äh. Na komm. Besser als nichts. Und das bringen wir dem anderen jetzt mal. Hier auf dem Weg dürften wir eigentlich keine neuen Hühner mehr finden. Ja gut, vielleicht eins oder so. Von den Küken, die erwachsen geworden sind oder so. Ah, da oben scheinen welche zu sein. Jetzt würden die nicht da hochspringen wollen. Sollte eigentlich die Küken mitnehmen. Weil die fressen ja keine Küken hier. Ja gut. Okay. Besser ich hab die dann. Und kann die, äh, bei mir dann wieder großziehen. Komm schon, explodier. Du blödes, fettes Vieh. Der explodiert einfach nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. So. Du gehst mal schön weg. Wie viel soll ich dem noch geben? Ich guck noch, ob hier was neues ist. Jetzt mal, als ich hier war, war alles okay. Nichts. Ja, was mach ich da jetzt? Ich fühl doch, dass der nicht mehr so viel braucht. Ach, gehen wir einfach. Schieben wird uns für später auf. Aber ich will wirklich durch die Türen kommen. Ich will an neue Orte. Ich will nicht immer nur hier rumburten. Komm, den nehmen wir mit. Ich wollte den mitnehmen. Einer. Ähm, wie wurden die jetzt zu Rock Slime? Wenn da keine Rock Slimes waren. So, hier habe ich noch eine neue. Ah, die sehen voll komisch aus, diese. Ähm. Käfer. Käfer. Eigentlich lohnt sich das Silo nicht mal, ne? Weil Essen habe ich sofort weg. Ähm. 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 Da tue ich ja nie was rein in den Silo. So, ich denke mal, vom blauen Zeug werde ich im Moment am meisten kriegen. So, alles weg damit und dann gucke ich mal, was ich für ein Upgrade kaufen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich mehr holen soll. Ich denke mal, auch nicht, dass ich so viel habe. Ja. Und jetzt kommt, glaube ich, nichts mehr. Ja. Wusste ich doch. Oh, das hätte ich doch füllen können. Von denen habe ich eindeutig zu viel. Ich ersetze hier vielleicht durch die Explosiven. Muss ich gucken. Austesten müssen wir sowieso mal. Ich werde da dann aber nur einen hinsetzen erstmal. Nur um zu testen, was passiert, wenn der explodiert. Und wenn das okay ist, ähm, machen wir mehr. Aber im Moment verdiene ich recht viel. Okay. Okay. Gut, von den pinken kriege ich gerade nichts. Das ändert sich aber jetzt. So, hier habt ihr wieder was Neues. Ich denke, das bringt mehr, wenn ich einfach auf Reisen gehe und warte. So, können wir hier was aufbessern? Scare Slime brauchen wir eigentlich nicht, weil wir hier keine Slimes frei rumlaufen lassen. Das hier können wir gebrochen. Und dann gehe ich gleich wieder auf ein Abenteuer. Und gucken, ob wir da neue Sachen finden und endlich das Viech da fertig füttern können. Ja, da kann ich nur, ähm, mehr Platz drin machen. Das kommt mir irgendwie so vor, als wenn da immer weniger drin ist. Ich hatte da doch voll viele drin. Sind die alle gestorben? Oh, was ist hier passiert? Kann das sein? Hatten die Hunger und sind gestorben. Ich wollte hier doch noch die drei pinken reinpucken. Mal her, ihr. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Einmal pink. Dankeschön. Ja, der hat sich gedummt. Ja, der hat sich gedummt. Glaube ich. Ähm. Das sollte da schon drin bleiben. Dann werde ich erst mal ins Silo reinpacken. Ich kann da glaube ich nicht. Ja, kann ich nicht. Ich bin dann einfach hier rein. So, und jetzt gehe ich wieder auf Reise. Und hoffe, dass ich ein paar Hühnchen finde. Ich will nämlich nicht meine anderen mitnehmen. Ihr Monster. Weg damit. Weg damit. Ich komme aber echt hier nicht an die Hühnchen ran. Hinten könnte ich mir noch ein paar holen. Tue ich gleich auf den Rückweg. Hey, Hühnchen. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich das nicht bekommen, weil der Pink Slime da war. Soll denn das. Sei doch mal fertig. So, jetzt hoffe ich mal, dass dort hinten relativ viele neue sind. Und ich werde dort mal eben länger strecken, die Folge dafür. Aber, hm. Ich will halt endlich das Viech da fertig haben. Wäre mir halt ganz wichtig. Ich will nämlich andere Gebiete sehen als das hier. Vielleicht nie und nimmer. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, hier bringt es jetzt einfach nur so durch. Ich meine, hier gäbe es doch irgendwo die blaue Plattform, wo ich einfach zurück kann. Hoffe ich. Ansonsten wollte ich den Plot von denen holen. Von den Boom Slimes hier. Ah. So geht's natürlich auch. Was ist gut denn? Puddle Slime. Okay, jetzt geht hier wieder die Action ab. Was seid ihr? Was seid ihr? Okay, auch mal was Neues. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und damit ich mir das auch selbst anzüchten kann. Aber wer weiß, vielleicht brauche ich das gar nicht. So, erstmal hier weg. Ähm, da bin ich schon mal hochgekommen, oder? Ich freue mich daran erinnern zu können. Hoffentlich. Ne. Wie hab ich das denn gemacht? Wie bin ich hier wieder rausgekommen? Bin ich hier lang? Wie ist der da oben hingekommen? So. Ah, höher komme ich nicht. So, warte, ich werf die weg. Wo er mir Boomplot. Fuck. Mit dem Boomplot werde ich nachher die blauen Slimes nochmal neu anpflanzen. Ne, neu züchten. Wie bin ich hier rausgekommen? War doch hier lang, oder? Dort oben drauf und dann weg. War doch beim letzten Mal kein Problem. Ja, hier lang. Keine Ahnung, was ich da für ein Problem hatte. Da wäre ich fast drunter gefallen. So, dann füttern wir das. Wie ich, das muss ja jetzt mal endlich fertig sein. Was ist denn da gerade explodiert? Gehen wir dem Stonyhands. Nur so weit. Oh. Haben wir da wenigstens einen Schlüssel? Gönchen. Und weg hier. Ähm. Wir sind nicht zurück. Und da komme ich nicht durch. Keine Abkürzung woanders hin zu sein. Aber ich habe keine Ahnung, wohin. Weißt du das? Boah, ich mache hier eine extra extra lange Folge, ey. Freut euch drauf. Ich werde jetzt einfach mal austesten, ob das funktionieren würde mit den Rock Slimes mit Boom. Plots. Oder ob da alles explodieren wird. Hier kommt mit. Tschüss. Ich brauche euch nicht mehr. Eigentlich sollte ich das off-screen machen, weil das schneller gehen würde. Ich werde mal eben Rock Plot und so wegpacken. Ich hätte es dir so gedacht, so einen Fehler mache ich nicht. Alter, wie viel ich da drin habe. Kann ich hier nicht einfach dort oben drüber werfen? Falsch. Da lang. Ich habe übrigens jetzt noch nicht mal die erste Folge benannt. Das heißt ja schon was. So, jetzt kommt der letzte. Und dann haben wir was. So, mal sehen, wie das jetzt wird. Hoffentlich nicht schlimm. Bitte lass es klappen. So, wie es aussieht, passiert nicht viel. Ich habe schon gedacht, da fehlt doch einer. So, ich fütter die noch eben alle und dann warte dann auch für diese Folge. Da passiert nicht viel, also, das kann man ruhig machen. Ich hätte jetzt mit Schlimmeren gerechnet. Das ist gut, weil dann können wir auch relativ viel hier verdienen. Und dann kommen wir auch in die nächsten Gebiete. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt auch wirklich Gebiete sind oder einfach nur für meine Farm ein bisschen Platz. Weil das kann natürlich auch sein. So, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.